Die Weihnachtszeit hat begonnen. Heute ist der erste Advent. In einigen Städten haben die ersten Weihnachtsmerkte eröffnet. Nun spielen wir Call of Adventure von Kevin Masaru, um in die Adventszeit zu starten. Frohe Weihnachtszeit. Danke Ihnen auf eine schöne Weihnachtszeit. Für viele fängt jetzt die stressige Zeit des Jahres an. Doch das soll uns nicht davon abhalten, auch an denjenigen zu denken, die nicht nur Geld haben oder auf der Straße leben. Genau dies sind die Menschen, welche in der kalten Jahreszeit am meisten Hilfe brauchen. Mit dem folgenden Lied wünsche ich euch einen schönen restlichen ersten Advent. Peace on the earth, goodwill to men from heaven, O gracious King. The world in solemn stillness lay to hear the angels sing. Musik 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 Musik